Ein herzliches Willkommen bei einem neuen Teil von Forschung Urstein-Welten. Noch mal einen kurzen Film vom Steindruck Linderbrunn, wo ich schon mal etwas leckeren Film gemacht habe. Und zwar will ich euch was zeigen. Diesmal genau von der entgegensetzten Seite, wie ich das letzte Mal gedreht habe. Weil es hier wirklich absolut klasse aussieht. Wir fangen gleich hier vorne an. Gleich hier vorne an. Und filmen wir da so schön rein. Da siehst du halt wirklich Megaliten-Blocks. Große Blöcke übereinander gelegt. Unbearbeitet. Da siehst du keine Bohrspuren. Oder irgendwas, wo man sagen könnte. Ah, hier. Steinbruch abgebaut. Gar nicht. Hier nochmal rein gefilmt. Überhaupt keine Abbauspuren. Das ist die flanke, reine Wand. Wie man hier sieht. Hier. Schaut euch das an. Hier. Hier ist sogar eine Fuge. Und da oben. Kann ich da mal rein zoomen. Auch mal, was wir jetzt erwischt haben. Da. Da. Da muss. Und das ist nicht eine eindeutige Trennung der Wand mit einer Fuge dazwischen. So wie das hier unten ist. Wo du eindeutig siehst, dass die Wände aneinandergelegt sind. Ich meine, das sieht aus wie ein Felsbrocken. Ist es aber nicht. Es ist Beton. Es ist ein altes Bauwerk. Hier wurde gar nichts bearbeitet. Das ist die Originalwand. Und du siehst, dass sie aufgeschmolzen wurde. Und du siehst auch hier in der Wand selber, dass die aus verschiedenen, dass es eigentlich zwei Elemente sind. Auch wieder einen. So ein Spalt, ein Spalt, ja. Mich kann keiner überzeugen und sagen, das ist Natur. Keiner. Gibt es nicht. Jetzt schauen wir mal, ob ich noch mehr finde. Aber ja, das war schon mal super. Vielleicht finden wir da vorne noch eine Fuge irgendwo. Ob man klar sehen kann. Ja, nicht unbedingt, ja. Ja, etwas weiter. Da siehst du eindeutig, dass hier abgebaut wurde. Ja, siehst du die Bohrungen, ne. Versteht ihr? Ich versuche hier die Wahrheit zu sagen, rauszufinden, ich verwerge ja nichts. Weißt? Und wenn da Bohrlöcher sind, sind da Bohrlöcher. Dann ist das einfach Fakt, ne. Dann ist das einfach nur Fakt. So ist das. Aber wenn keine da sind und die blanken Wände da stehen, dann ist das so. Muss man das auch als Fakt nehmen. Hier sind auf jeden Fall klar sichtliche Bohrlöcher. Auch so Teile liegen hier. Unmotiviert rum. So. 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 man kann nachdenken es muss nicht alt sein wenn wir zum beispiel die stahlstangen anschauen muss nicht kann aber auch hier unbearbeitet unbearbeitet im steinbruch und hier wird es jetzt schon Bandstein also man könnte vermuten dass es hier zumindest rausgebrochen wurde das wäre schon zu vermuten da vorne sieht man schon wieder da vorne sieht man schon wieder da muss man das anfassen was das ist jetzt heute das ist voll hart da wurde rausgebohrt voll harte Wand mein lieber Mann hier der Schlitz der Schlitz den gibt es doch mal nicht den gibt es gar nicht den kann es niemals geben der Kram und jetzt zeige ich euch noch was schönes hier gehen wir da runter da müssen wir nämlich runter gehen dass der Fels aufliegt hier haben wir diese schöne Felswand und dann haben wir hier also da kann man es auch sehen da also rein zoomt wie das aufgelegt ist das unten ein Fundament gibt jetzt gehen wir ja hier liegt auch ein bisschen Lohnrad kreuz und quer kreuz und quer die weiß das ja nicht was das hier alles ist das sind die Reste die innen einrücken die hier einfach nur zerstört die Wände sieht schon alt aus hier wenn ihr das seht der ist ein Brocken hier dann ist ja ok also fangen wir an ist egal wo hier diese Felswand natürlich wurde da schon abgebaut das siehst du ne halt da unten beim Fundament ja siehst du es wie es drauf steht gut drauf gestellt wer das war warum ich kann das nicht sagen ich weiß es nicht aber es ist schon was mächtiges hier es geht auch noch hier vorbei ich bin vorne in die Ecke rein und hier siehst du es auch wieder ne dass diese Wände dass diese Wände aneinander gestellt sind sie sind aneinander gestellt das ist ja nicht verrunden das ist ja eine klare Ecke rechter Winkel ja so siehts aus freunde ja 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 ja